Willkommen zu Dark Ages 1 für MS-DOS, ein Apogee-Jam-Range-Würfen aus Action Arcade. Bei Rechenern ab Pentium 2 kommt eine DVD-Aero-Fehler-Meldung und bringt das System zum Abschluss. Der 1, Steuern, Steuern, Feuer und Eitel, Feuer. Damn, Mist! Der wird von mir in Kiya. ja 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 es ist es ist es ist es ist es ist es da war es aber den key weil wir die türe Das ist so ein bisschen ... ... das ist so ein bisschen ... ... das ist so ein bisschen ...